Wenn wir eine neue Playlist erstellen, haben wir verschiedene Playlist-Typen zur Auswahl. Diese sind Multi-Slide, Single-Slide, Fullscreen, Multi-Touch und Menü. Die Multi-Slide wird schon in dem Video erklärt, Playlisten erstellen. Die Single-Slide ist im Grunde genommen wie die Multi-Slide zu bedienen. Da ist es nur so, dass wir eine einzelne Folie haben. Hier haben wir die Möglichkeit, mehrere Folien hintereinander aufzubauen. Bei der Fullscreen ist es so, dass wir eine Folie haben, wo wir Inhalte reinziehen. Die dann im Vollbild-Modus dargestellt werden automatisch. Multi-Touch ist ein spezieller Playlist-Typ, der funktioniert nur auf Windows-basierten Playern, die touchfähig sind. Da ist es so, dass im Grunde genommen eine Startseite mit einem Menü erstellt wird. Aus diesem Menü können dann verschiedene Multi-Touch-Apps aufgerufen werden. Also es ist ein bisschen ein eigener Typ, der dann nochmal in einem separaten Video erklärt wird. Die Menü-Playliste oder der Menü-Playlist-Typ ist im Grunde genommen eine Multi-Slide mit einer zusätzlichen Möglichkeit, dass wir in der Inhalte-Bibliothek unter anderem noch eine Taste hinzufügen können. Dieser Taster gibt dann die Möglichkeit, dass man zum Beispiel von einer Folie in die nächste Folie wechseln kann. Das macht halt dann Sinn bei Android- oder Windows-Touch-fähigen Geräten. Wie dann eine Menü-Playlist aufzubauen ist, das wird dann nochmal in einem separaten Video erklärt.